Der FC Augsburg hat einen neuen Cheftrainer, Jeff Christian Thorup heißt der Mann, hat schon Champions-League-Spiele als Trainer auf dem Buckel, wurde dänischer Meister, lässt ballorientiert Fußball spielen, bevorzugt im 4-2-3-1. Aber ich quatsche schon so viel, ich möchte euch in diesem Video auch zeigen, was für Systeme er bevorzugt, was ich so ein bisschen rausfinden konnte, was für Kniffe er so auf dem Platz hatte in seiner Zeit, vor allem in Kopenhagen und ich möchte euch einfach mal vorstellen, wer der Mann ist. Vielen wird dieser Name erstmal so gar nichts sagen und so ging es mir erstmal auch. Ich habe ihn mal mitbekommen, wo sie Champions League gespielt haben, aber jetzt habe ich den Tag so ein bisschen rein informiert, weil ich auch so meine Infos schon hatte, dass er ein Kandidat ist und jetzt ist es eingetroffen. Dementsprechend kann ich euch, glaube ich, ein ganz gutes Video jetzt zu diesem Mann liefern. Fangen wir erstmal an. Er hat in Gent schon ganz gute Arbeit geleistet, in Belgien 2018, 2019 wurde er hier mit denen Tabellenzweiter, was wirklich stark ist in der belgischen Liga. Da sind so Teams wie Anderlecht, Standard Lüttlich, Antwerp mit dabei, also die muss man auch erstmal alle hinter sich lassen und hat dann irgendwann halt den Schritt nach Kopenhagen gewagt, also 2020, 2021, wo er dann erst Dritter wurde. Man muss dazu sagen, Kopenhagen ist ein Team, das eigentlich immer Meister werden will in Dänemark und 2018, 2019 da zuletzt Meister wurde. Die hatten sozusagen eine Durchstrecke und 2021, 2022 ist es ihnen dann geglückt, Kopenhagen wieder zum Meister zu machen nach diesem kleinen Loch ohne Titel in Dänemark und ja, da kann man schon mal sagen, der Mann kann Erfolg, hat dementsprechend auch ein bisschen Champions League Erfahrung, was nicht schlecht ist. Ihr habt es schon gesehen, er spielt bevorzugt in einem 4-2-3-1. Ja, da habe ich ja gestern noch ein Video gemacht, wie ich mir das so vorstelle, falls man mal im 4-2-1-3 spielt, wie man das aufstellen könnte. Das ist ein System, das ich enorm feiere. Er hat in seinen Stationen immer gezeigt, dass er Lösungen mit Ball will, ballorientiert spielen will, dass er sich das auch zutraut. Ich hoffe, dass es uns gelingt, weil wenn wir wirklich, gerade im Kreativbereich, müssen wir unfassbar zulegen und da könnte dieser Mann eine Lösung sein. Was er sau gerne gemacht hat, ist Seiten überladen im Offensivspiel. Ihr seht hier eine Szene aus dem Spiel von Kopenhagen, das war ein Angriffsmittel von vielen. Dass im Offensivspiel eine Seite hier mit vier Spielern überladen wird und so der Gegner meistens sehr oft da in Unterzahl kommt und man diesen Moment auch sehr oft forciert hat. Ich hoffe, dass man das beim FCA auch macht. So hat man nämlich echt mal ein gutes Flügelspiel, was mir extrem gefehlt hat. Aber natürlich muss man erstmal in diese Zonen kommen. Das ist nur mal ein Beispiel. Im Spielaufbau hinten raus, da habe ich euch jetzt kein Bild da, hat das gerne so gemacht. Ich hole euch mal das 4-2-1-3 wieder her, dass man hinten drei Spieler lässt. Also einer der Verteidiger auf dem Außenpark da sozusagen und der andere überladet eine Seite. Einer der Sechser spielt auch tief mit und vorne, alle Offensivspieler, also es sind dann vier bis fünf Spieler, die offen bleiben, überladen das Zentrum. So hat man in gewissen Bereichen des Spielfelds, weil man eben im Zentrum die Spieler auch verteidigen muss und mit gewissen Laufwegen auch zustellen muss, natürlich sehr viel Raum in gewissen Zonen des Platzes. Er hat, was er sehr gerne macht, er macht das Spiel extrem breit. Er will, dass die Spieler auch breit schieben. Also er macht gewisse Sachen, wo uns gerade in unserem Spiel gefehlt haben. Ich weiß, viele sagen, hey, der hat jetzt keinen großen Namen. Das ist mir bei einem Trainer aber auch überhaupt nicht wichtig. Er hat ein gutes Alter, er hat spannende Spielideen, wo ich sie rausgefunden habe. Und ich bin wirklich heiß, das auf dem Platz zu sehen. Defensiv habe ich das so rauslesen können, hat er gerne dann auch im 4-4-2 den Gegner erwartet, was uns jetzt nicht ganz fremd ist. Das hat Enno auch gerne mal gemacht, weil es einfach auch am leichtesten so zu verteidigen ist. Dann baut man ein bisschen um, stellt sich auch gerne mal tiefer rein und lauert wieder auf seinen Moment, im Ballbesitz zu kommen. Das sind nur so Kniffe, die ich rausgefunden habe. Natürlich wird der Trainer in der Zeit, wo er jetzt frei war, auch sich noch Gedanken gemacht hat über andere Spielsituationen. Er hat noch andere Lösungen mit Ball. Aber einfach mal ein Gefühl für ihn zu haben, ich finde, das ist so ein ganz spannender Eindruck. Er hat Erfahrung, wie ich schon gesagt habe. Hier nochmal auf seine Stationen. Kopenhagen, super Punkte, schnell 1,8. Gank war irgendwie nur fünf Spiele dieser Station. Weiß ich nicht ganz genau, was da war. K-Agent, auch super Punkteschild, 1,68. Mützscheland war ja auch unterwegs. Also bei echt guten Teams auch Trainer gewesen. Hier ist jetzt eben die Herausforderung, dass er beim FC Augsburg eine Mannschaft vorfindet mit Potenzial. Ich bleibe dabei, unser Kader ist gut genug, um die Klasse locker eigentlich halten zu können und auch spielerisch deutlich besser zu spielen, als wir bis jetzt gezeigt haben. Für diesen Coach wird es eine Herausforderung sein, A, mit dem Spielermaterial, seine Ideen erstmal auf dem Platz zu kriegen, weil wir einfach extrem Probleme hatten, in Verbindungen auf dem Platz kreieren, übers Mittelfeld Fußball zu spielen, überhaupt gepflegt von hinten nach vorne zu spielen. Da war man, ich sag mal, es ist eigentlich die schwächste Mannschaft der Liga mit. Es ist einfach so. Und das ist für ihn, glaube ich, die große Challenge, diese talentierten Jungs, Pfeiffer, ein Breithaupt, ein Bellio, nur mal um ein paar zu nennen, die auch jung sind, plus das, was wir schon an Qualität haben, einen Dorschi wieder zu alter Form zu bringen, der ja auch in Belgien zum Beispiel seine Spiele gemacht hat. Also ich denke, dass Herr Torrup ihn auch kennen wird, zu alter Form zu bringen und dann mit uns einen schönen Fußball zu spielen. Und das wäre schon mal ein Träumchen, wenn er das nur halbwegs hinbekommt, mit Seiten überladen, was ich so oft sage, was mir bei unserem Spiel so oft gefehlt hat, mit einfach nur überladen von, ja, Flügelspiel, Flügelspiel, wieder was über dem Flügel forcieren, spielbreit machen. Alles das, was ich so ein bisschen rausfinden konnte, waren auch so ein bisschen die Schwachpunkte von uns, was er gerne halt forciert. Und ja, mein Ersteindruck ist, absolut solide, Leute. Ich weiß, er hat keine Bundesliga-Erfahrung. Das heißt aber nicht, dass er dann in der Bundesliga scheitern wird. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, er wird extrem heiß sein, hier vor dem vollen Stadion zu spielen, enorm heiß sein, auch Teams zu ärgern mit seinen Ideen. Und ich glaube, dieser Mann brennt. Er war auch schon mal beim VfB im Gespräch. Jetzt ist er bei uns in der Liga gelandet. Und ein Mann mit Titeln, ein Mann mit Champions-League-Erfahrung. Wieso nicht? Ich gebe dem eine Riesenchance. Ich habe ein gewisses Kitzeln, wenn ich an seinen Fußball denke und viel Hoffnung. Am Ende gilt es aber natürlich auch, das auf den Platz zu bringen. Ich hatte auch bei Enrico Maaßen große Hoffnung, als er kam. Es ist eine Herausforderung bei uns in Augsburg, was ihm zum Vorteil fällt. Wir sind spielerisch die letzten Jahre null verwöhnt worden. Für uns wären ja schon ein paar Offensivaktionen mehr. Ein Riesenfortschritt. Wir haben seit einem Jahr auswärts nicht gewonnen. Was wäre das für eine Geschichte, wenn er gleich in Heidenheim was holt? Vor allem drei Punkte. Es ist nicht unmöglich. Ich erwarte keine Wunderdinge. Ich warte einfach von diesem Mann, dass er uns spielerisch nach vorne bringt und dann auch punktetechnisch erstmal den Klassenerhalt schafft. Und dann schaut man halt, wo es dann langfristig hingeht. Aber so macht das erstmal einen guten Ersteindruck. Leute, ihr seht schon, ich bin noch ein bisschen in Rage. Ich freue mich, dass jetzt endlich die Entscheidung fix ist. Unsere Verantwortlichen haben sich das gut überlegt, sich Zeit gelassen, haben jetzt einen Mann aus dem Ausland geholt. Ich weiß nicht, wie lange der Vertrag geht. Kann ich euch noch nicht sagen. Wir werden dazu eh nochmal vielleicht morgen Abend einen Stream machen. Vielleicht machen wir das fix, dass ich morgen Abend mal live komme und wir über alles nochmal talken. Könnt auch gerne bei mir in Voice reinkommen. Den Stream lade ich auf YouTube hoch. Und dann werden wir auch diese Fakten wissen. Aber Jess Torrup ist unser neuer Trainer. Ich heiße ihn damit herzlich willkommen aus meiner Sicht beim geilsten Klub der Liga. Ich freue mich auf die Spiele mit ihm. Es kann, wie gesagt, fast nur besser werden. Und rocken wir das Ding mit diesem Mann. Heißt ihn herzlich willkommen in den Kommentaren. Gibt ihm eine Chance und dann auf den Klassenhalt und hofft vielleicht auch ein bisschen mehr. Willkommen, Jess Torrup. Daumen hoch.